Voller Körpereinsatz für die Karriere. Ex-Topmodel-Kandidatin Michaela Schäfer als Nackt-DJ in der Berliner Diskothek Kudorf. Bereits zum zweiten Mal legt sie hier als barbusige Lamika die Platten auf. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Obwohl ich auf der Bühne schon so lange stehe, bin ich immer noch richtig aufgeregt. Man weiß nie, wie das Publikum einen annimmt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber die Jungs sprechen mich sehr an und ich auch sehr, die Jungs. Aber man weiß ja nie, es gibt ja auch noch die Mädels, wie die reagieren. Dann heißt es für Michaela, Musik ab, top aus. Das Erotikmodel zieht für die Grön eine Menge blank. Das männliche Publikum ist von so viel Buseneinsatz natürlich schwer begeistert. Gar nicht mal so schlecht. Am DJ Polen ist das recht interessant, ja. Nicht nur was zum Hören, sondern auch was zum Sehen. Sie spielt einfach gerne Musik, Mann. Sie ist cool. Und wie fand Michaela ihren Auftritt? Also ich bin total begeistert. Das Publikum geht richtig mit. Die sind total begeistert und es macht so großen Spaß. Michaela Schäfer. Vom Model zur Oben ohne DJ. Ob sie damit endlich den großen Durchbruch schafft, steht wohl in den Sternen.